Es gibt sicherlich einige von euch, die haben sich gefragt, warum löst sich so eine Band von wirklich durchschnittlich unaussehenden jungen Männern sich jetzt aufzuhalten? Das liegt daran, dass wir alle schwul geworden sind und keinen Bock mehr auf die Gruppen zu haben. Asja, wo bist du? Melde dich! Wir wollen dich hier vorne sehen! Ja, ja! Schau mal hin, Lappen! Jo, fangen wir an, dann neulich! Ja, ja! Schau mal hin, Lappen! 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 Ja, schau mal hin, Lappen! Oh, Kai? Das war's für heute. Alter! Alter! Und dann geht's einfach vor der Hand, die ist gut. Und die sind aber nicht so krass, ganz ehrlich. Und das sind ja eher so...